Nadja Abdel-Fak, jetzt schlägt sie ein neues Kapitel in ihrem Leben auf Nadja Abdel-Fak, jetzt schlägt sie ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Blühwebanks Tochter wirft mit Geld um sich Bastian Schweinsteiger und Anna sind Eltern geworden Emotionale Reise in die Vergangenheit Nadja Abdel-Fak stellt ihre Biografie Achterbahn vor Eifert Sophia Tomalagen Stefani nach. Sandra Bullock verrät ihr eigenartiges Bautigeheimnis fürs Weinetikett Hat er sich was besonderes einfallen lassen Kronprinzessin Mette-Marie, muss operiert werden Eva Lungerea macht den Rix-Ixel-Bar-Büko-Gildan César Akulka über das Sexleben trotz Familienbett. Biografie Achterbahn Vorgestellt mit ihrer neuen Biografie Achterbahn will Nadja Abdel-Fak nach ihrer Alkoholsucht und Lebezirrhose endlich wieder in ein neues Leben starten. RTL hat die 52-Jährige zur Leibwitziger Buchnis begleitet. Wie das Publikum dort auf sie reagiert hat und was sich Nadel nun von ihrem neuen Lebensabschnitt verspricht, das sehen Sie oben im Video. Sehnsucht nach einem neuen Leben Eigentlich hat Nadja Abdel-Fak in letzter Zeit bewiesen, wie zu sie ist. Der Zustand ihrer Leber hat sich zwar rasant verschlechtert, doch Nadja blieb unbeeindruckt und hat den Kampf gegen ihre Krankheit aufgenommen. Sie sehnt sich nach einem neuen, geregelten Leben, mit einem festen Job, einer eigenen Wohnung und ohne Alkohol. Ich wohne immer noch in diesem Hotel in Hamburg, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten klappt mit der eigenen Wohnung, erzählt sie im Interview mit RTL. Auch in Sachen Liebe hatte die 52-Jährige zuletzt kein Glück. Ich hab immer noch nicht den richtigen gefunden. Und dabei hat sie genaue Vorstellung, wie ihr Traummann sein muss. Es muss ein gescheiter Mann sein, der schon im Leben steht. Ein erster Schritt in ein neues, glückliches Leben soll für Nadja Abdel-Fak jetzt ihre Biografie sein. Ob das klappt, wird die Zukunft zeigen. Zu wünschen wäre es ihr aber allemal.